Hallo Urnen und Spuckfans und willkommen bei Juwelier Vagir. Heute habe ich etwas ganz besonderes für euch und zwar die neue Zertina DS Plus Custom Watch. Was heißt Custom Watch? Die könnt ihr selbst gestalten nach euren Wünschen. Die Box lässt sich etwas anders öffnen als gewohnt. Hier habe ich nämlich Platz für mehrere verschiedene Gehäuse. Bis zu vier Gehäuse haben in der Box Platz. Ein Grundmodul, wo das Schweizer Uhrwerk verbaut ist. Eine Reisetasche ist mit dabei und natürlich unterhalb in der Lade habe ich auf der einen Seite Platz für verschiedene Bänder. Hier in dem Sinn das graue NATO Band oder auch das hochwertige Stahlband. Das Ganze funktioniert relativ einfach. Ich habe hier einmal das Grundmodul. Hier in dem Fall mit dem schwarzen Ziffernblatt und dem hochwertigen Schweizer Automatik Uhrwerk. Das typische Powermatik 80 Uhrwerk, das gerne in der Zertina verbaut ist. Selbstverständlich mit verschraubter Krone und Saphirglas. Das heißt, dieses Glas könnte auch nicht mehr zerkratzen und das Saphirglas ist einseitig entspiegelt, damit es auch hier im Licht gut lesbar ist. Das Ganze wird dann sozusagen herausgenommen und je nachdem, worauf ich gerade Lust habe, gebe ich dann eben das passende Gehäuse drauf. Entweder sportlich oder auch etwas glatter und kann somit meine Zertina Uhr immer auf mein persönliches Outfit bzw. auf meine persönlichen Wünsche abstimmen. Ja, das Ganze ist natürlich gefertigt aus massivem Edelstahl. Wie wir hier sehen, die Uhr ist auch 20 Bar wasserdicht, also 200 Meter. Ganz ehrlich, so tief werdet ihr selten runtertauchen, aber die Uhr, das bedeutet für euch, aber die Uhr ist absolut wasserdicht. Ihr könnt damit schwimmen, duschen, alles gehen. Das Metallband, das mitgeliefert wird. Ist ebenfalls ein sehr schönes, massiv gearbeitetes Metallband mit Butterfly-Verschluss. Also auch hier sieht man, das ist nicht geprägt, sondern wirklich ein schönes, massives Armband. Kann ich euch nur empfehlen oder eben wahlweise dann auch mit verschiedenen NATO-Bändern. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Blau, Gelb, Grün, was auch immer euch gefällt. Die kann man natürlich auch einzeln bestellen. Auch die Gehäuse bekommt ihr einzeln dazu. Das heißt, ihr seid natürlich, wenn ihr einmal ein solches Set kauft, nicht gezwungen gleich alle Gehäuse zu kaufen, sondern ihr könnt zum Beispiel die Uhr einmal mit dem sportlichen Gehäuse kaufen und dann weitere Gehäuse, Armbänder, Farben, was auch immer, jederzeit dazu ergänzen und somit immer wieder einen neuen Look kreieren. Wo gibt es die Uhren? Ist auch ganz leicht gesagt, ihr bekommt diese coole Zertiner DS Plus Custom Watch bei Juwelier Vaschir in Wolfsburg am Hohen Platz ab sofort oder natürlich auch online unter www.juwelier-vaschir.at. Ja, und ich freue mich, wenn wir euch zu dieser tollen neuen Uhr beraten können. Natürlich haben wir auch jede Menge andere Uhren für euch zur Auswahl und ich freue mich, wenn wir euch in Kürze sehen. Ciao! Ciao!